Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Minikrift. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir spielen heute eine Map, die heißt Spot the Difference. Willst du das mal erklären? Ja, es gibt hier zwei Teams. Einmal das Team, die sich verstecken, beziehungsweise halt gefunden werden müssen und die anderen, die suchen. Und ich glaube, wir sollten einfach mal starten, dann sieht man das besser. Okay, also mach ich hier einfach mal Start Playing oder? Ähm, warte, warte, warte. Äh, wie, was, wir müssen uns hier, glaube ich, ich bin der Spotter, okay? Okay, dann bin ich, be the Difference. Genau, und jetzt können wir hier die Level auch auswählen, wenn du willst. Hm, okay, ich bin schon drin, ne? Okay. Oh, hoi. Hi. Ähm. Was nehmen wir denn? Achso, wir haben, ja gut, wir wollen erstmal mit dem ersten starten, ich glaube, das ist ganz gut, oder? Ja, machen wir das erste. Okay, dann gehen wir nochmal zurück und dann machen wir hier auf Start Playing. Okay. Und ich bin jetzt der Difference, also, ähm, was kann ich denn jetzt machen? Genau, äh, du musst dich jetzt da unten, ähm, irgendwo hinstellen. Also, du siehst die ganzen Blöcke, und du musst dich jetzt dort irgendwo verstecken. Okay. Und ich sehe jetzt natürlich nicht, wo du bist, ich bin über dir gerade auf der Plattform, und ich muss dich dann gleich suchen, beziehungsweise muss ich dann schauen, was der Unterschied ist, ähm, und dich dann entdecken. Ah, okay. Ich, ich, ich denke, das versteht man, wenn man es jetzt da ein bisschen spielt. Mhm. Vielleicht ein bisschen schwer zu erklären. Okay. Aber das ist richtig nice. Okay. Ich mache erstmal das Leichtes, you, du wirst es dann sehen. Hey, das ist nett. Okay, bin... Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Oh. You have... Oh, what? Ich habe 30 Sekunden Zeit. Wie soll ich... Hä? Wie soll ich dich denn jetzt hier finden? Warte mal, das ist hier alles... Du musst dir alles anschauen. Ja, ja, ja. Achso, achso, ich bin jetzt auf der ersten Map, genau. Genau. Und gleich ist es irgendwas weg. Und das bin ich ja dann. Ich merke mir ganz genau, wo jeder Block ist. Siehst du mich gerade? Ja. Hallo. Hi. Okay. Ja, das ist kein Problem, Katja. Ich finde dich first try. Ja, genau. Auf jeden Fall. So. Okay, okay. Ich habe jetzt einen Versuch. Ja, stimmt. Ich habe einen Versuch. Ah, okay. Ja. Du wirst schon sehen. Oh, wow. Das ist... Das ist sehr, sehr easy. Hey, ja, gut. Okay. Das war eine easy Runde. Okay, ich habe es jetzt aber verstanden. Das ist echt nice. Das ist echt cool. Okay, jetzt bin ich der... Äh... Der... Der different. Okay, dann bin ich hier, ähm... Wo ist es? Ja, wie das Butter. Okay. Okay. Machen wir noch eine andere Map? Ja, machen wir mal, äh, random machen wir mal das hier. Christmas Dessert. Dann machen wir das. Okay. Ab. Und... Und... Start playing. Okay. Okay. Jetzt bist du oben, oder? Genau. Ich sehe noch nichts. Und ich kann jetzt... Kann ich draufklicken, ja, gell? Genau, du musst im Chat irgendwo draufklicken und dann, ähm, bist du das. Oh, ich habe schon... Ach so. Au. Oh, ich habe was Falsches geklickt. Ja, ich habe auch was Falsches geklickt. Wie komme ich wieder zurück? Äh, geht nicht. Oh, Moment. Okay, das ist... Das ist jetzt easy. Wow. Och, Mann, ich habe was Falsches geklickt. Aber du kannst dich hier noch verstecken. Ja, aber ich kann öffne nicht auf der Map hier. Wow, das wirst du so schnell rausfinden, Kata. Ach, Quatsch. Okay, fertig. Oh, Gott. Ja, okay, Kata, also das ist echt easy jetzt. Wenn du dir die jetzt einkriegst und weil sowas ist. Shit, ich habe das Falsche ausgewählt, Leute. Denn die nächste Runde wird schwierig. Okay, also ich glaube, hier gibt es halt nicht so viel. Das ist ein sehr offener Raum. Ja, vor allem die Farben. Hm, ja. Jetzt kommt es gleich. Ja, ich würde es geben, aber das wird easy. Ja, okay, sieben Sekunden. Ich glaube, ich brauche noch weniger eigentlich. Das wäre noch leichter wie deine Runde. Okay, jetzt geht's los. Und? Hä? Wow. Wow. Wie gut ist das? Okay, nice. Oh, Mann. Okay. Ich habe mich verklickt, Kata. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich bin the difference. Okay, ich bin... Oh, wait. Hier. Ich bin der Spotter. Aber wir machen eine andere Map. Ja, genau. Guck mal, ist rot schwierig. Machen wir mal... Nee, ich glaube, es ist einfach nur blau-rot so deren Thema von der ganzen Map hier. Wir können ja mal was machen. Können wir hier Candy nehmen, bitte? Ja, das machen wir. So. Ja, ich mag Candy. Bapping. Oh, achso, stimmt. What? Oh. Oh mein Gott, die Map ist mega schwer. Schwierig? Ja. Nein, oder? Doch. Ich glaube, das ist tatsächlich das rot Schwieriges. Ähm, so. Was möchte ich denn sein? Hier ist nichts Gutes. Kata, willst du sagen, was du bist? Ähm, nö. Okay. Oh. Oh. Okay. Oh nein. Das ist echt schwer. Oh mein Gott, das ist mega schwer. Das ist mega schwer. Doch. Jesus. Oh, Kata. Wenn's jetzt gleich... Oh nein. Ich bin gespannt. Aber das macht richtig viel Spaß. Das ist so cool. Das ist echt cool. So, bin fertig. Oh nein, ist das denn ernst, Kata? Das ist echt schwer. Und ich bin richtig gut versteckt. Das ist unfair. Warum kommt jetzt so eine schwierige Sache? Tja. Wieso, ich hab hier noch nicht mal einen Überblick von der Map und... Oh Gott. Aber jetzt ist auch die Zeit gut eingeplant. Aber... Achso, bin ich hier im Kreis gelaufen jetzt? Ja, ja, ja. Oder? Ja. Oh Gott, man kann hier noch nach oben. Man kann hier noch nach oben! Kata, das schaff ich in 100 Jahren nicht. Doch, das wirst du schaffen. Och nein. Ja. Jetzt die Frage, welcher Block bist du? Wenn du jetzt so ein cooler Block bist, dann war's das. Das ist doch einfacher, als ich gedacht hab. Ich glaub am Ende... Ich bin ein bisschen doof. Ich bin ein bisschen doof, ja. Sag das nicht, nachher verliere ich hier noch was. Nein, nein. Oh, wait. Ich hab so Angst, was abzubauen. Er hat nur einen Versuch. Ach, du hast nur einen Versuch? Oh. Ja, ja, ja. Das ist natürlich... Ich kann mit der Spitzhackin nur einmal was abbauen, das war's dann. Guck dich genau um. Aber die Frage ist, was... Hält mich jetzt schon mal... Das bist du doch, oder? Ja. Siehst du, es war doch schlecht, weil... Aber stell dir mal vor, ich hätte das nicht gesehen. Ja. Aber eigentlich war nicht was... Ja, es war ganz nice. Ja, es war okay. Aber es war für einen grünen Block, oder? Nee, gibt's nicht. Okay. Das wäre auch zu krass. Was bin ich denn jetzt? Hier. Ähm, ja, ich bin der Spotter. Und wir nehmen nochmal ein anderes Level. Nehmen wir mal... Auch rot, aber... Wir nehmen hier mal Frozen Lands. Ja, das ist cool. Ja, okay. Dann jetzt start playing. Okay, dann versteck dich du mal. Und ich bin gespannt, du hast da was. Oh, das ist was Gutes. Oh, nein. Okay, das ist cool. Oh, nein. Du bist schon fertig. Ja. Ja, du bist Eis. Nein, ich bin... Ah, nee. Aber die Map ist nicht so groß. Warum sind wir beide eigentlich so unübersichtlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, hier... Eins, zwei... Okay... 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 Ja, okay... Hä? Prägt er jeden Block gut ein, Kata? Mach ich gerade, mach ich gerade. Kann sich verändern. Malst du am besten auch auf. Ja, am besten, ne? So. Drei, zwei, eins... Oh, nein. Ja, Kata, was hat sich verändert? Oh, no. Irgendein Block ist anders. Aber welcher? Das ist so gut. Ich habe sowas versteckt. Oh, nein. Hä? Das war so, wie es ist. Ja. Das war auch so, wie es ist. Oder? Das ist so gut. Ich glaube, da hast du gar nicht drauf geachtet, gerade. Oh, nein. Ja, 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 okay. Ich glaube, ich habe gewonnen. Du hast, glaube ich, echt nicht drauf geachtet. Schnee kannst du ja nicht sein. Du hast einen Versuch, Kata. Du hast einen Versuch. Oh, Mann, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt gewiss, ob die Zuschauer jetzt wissen, was ich bin. Ja, wisst ihr hier, wo Epic ist? Also, ich habe jetzt aufs Eis geschaut, weil ich dachte... Aber, kommt man denn hier hoch? Also, lief... Soll ich dir einen Tipp geben, Kata? Ja. Okay, Eis ist schon mal richtig. Oh, nein. Das wird unmöglich für dich sein, weil du hast nicht darauf geachtet. Du kannst das gar nicht wissen. Ich weiß, dass... Doch, nein, warte mal. Ich weiß, ich glaube... Yes. Man konnte eins runter. Ja. Achso, das warst du nicht. Nein, 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 das war ich nicht. Das war, wenn du auf den Baum zugelaufen bist, rechts daneben, an dieser Kanz. Da hat ein Bock gefehlt und da habe ich mich reingestellt. Oh, nein, das war echt schwer. Was bin ich? Was bin ich denn jetzt? Warte mal, ich bin... Ähm... Du bist der Spotter, ich bin The Difference. Okay. Okay, passt. Welche Map? Äh, schauen wir uns das jetzt an. Wir machen jetzt auch mal rot. Komm, wir machen mal. Ähm... Christmas Temple, hört sich gut an. Ja, dann machen wir das. Perfekt. Okay. Ja. Start playing. Oh. Wenn das jetzt wieder so eine komplizierte Map ist, Katja. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ähm, was kann ich denn sein? Oh je. Oh je, oh je. Oh oh. Oh je, oh je. Äh, ist das... Ist das eine große Map? Nee. Oh, sehr gut. Okay, ich werde dich wieder first try finden. Zack. Ui. Ha, ha, ha. Okay, okay, okay. Bin gespannt. Okay. Moment. Hoppala. So, bin fertig. Oh Gott, was ist denn hier los? Ja, ist echt komisch, oder? Ach nee, wie soll ich mir denn hier über... Oh, ich brenne. Ich sterbe hier. Hier sind drei. Ey, das sind überall drei. Ich bin tot. Okay, das ist kein Problem. Pass auf. Oh, das... Doch, doch, doch. Ich weiß, was du bist. Echt? Einer von den beiden hier bist du. Ich weiß nicht, welche. Hier sind drei, drei, vier... Ah nee, Moment mal. Oder der hier. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab den Raum auch nur... Nur ein paar Sekunden gesehen, weil ich da... Ja, das stimmt. Aber ich mein... Okay, das könnte echt alles sein. Aber ich glaube... War hier in den Löchern, war da immer was frei? Nein, da war da... Ich hab keine Ahnung mehr, Kata. Hm... Ist es... Bin ich hier warm? Ähm... Joa... Oh, also nicht. Geht, geht. Ich hab... Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Hm... Nein, ich hab keine Ahnung gehabt, Kata. Ich wusste nicht, wie die davor aussieht. Ich war... Es waren doch überall drei und bei einem waren es vier. Ja? Ja. Aber waren es davor nicht auch bei einem vier? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Okay. Ich bin hier der Spotter. Okay, wir wollen mal sehen, welche Map nehmen wir denn jetzt. Komm, wir nehmen hier mal... Haben wir die hier gerade eben? Oh, komm, wir nehmen mal Code Nether. Das ist bestimmt lustig. Oh, okay. Okay. Und start playing. Yes, okay. Versteck dich. Ist sie gut? Oh, das ist cool. Das ist echt nice. Okay. Okay, was bin ich denn? Ähm... Nein! Oh nein, ich hab mich verklickt. Oh. Hä? Ich kann mich hier nicht platzieren. Ich kann mich hier auch nicht platzieren. Hä? Aha. Man kann sich nicht überall platzieren. Kata, ich kann mich nicht platzieren. Äh, ja gut. Was soll ich machen? Ich weiß nicht. Hä? Ich kann mich wirklich nirgendwo platzieren. Hä? Okay. Nee, äh, wirklich, keine Ahnung. Wollen wir mal hier hin platzieren? Oh. Oh, wait. Oh. Oh, oh. Äh. Okay. Ähm. Hä? Ich sehe dich. Hallo, na? Hä? Ich weiß nicht, bin der fliegende Block. Hä? Was machst du da? Ich weiß nicht, kannst du mich abbauen? Hä? Okay. Wie gut ist das denn? Ähm. Ich kann andere Blöcke verstecken. Guck mal. Hä? Oh. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das wird. Ich glaub, ich hab hier den richtig hävligen Bug gerade. Was ist das denn? Hör auf, nicht mich abbauen. Ja, ich bau was anderes ab. Nein, bau das hier ab. Oh man. Okay, ich weiß nicht, was da grad los war. Hä, du bist immer noch der. Ich bin doch richtig cool. Oh man. So, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Mapping vorbei und dann will ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.